Die Heuneburg an der oberen Donau, ein frühkeltischer Fürstensitz des 6. Jahrhunderts vor Christus, ist eine der bekanntesten Fundstellen aus keltischer Zeit in Mitteleuropa. Seit 1950 werden hier archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finden derzeit umfangreiche Untersuchungen im Umfeld der Burganlage statt. Wir fliegen in das Donautal hinein. Über der Donau erhebt sich das Burgplateau mit drei Hektar Fläche, auf der ein Freilichtmuseum eingerichtet ist. Im Außenbereich der Burg finden seit dem Jahr 2004 umfangreiche Grabungen statt. Wir besuchen jetzt die Grabung und sehen die Steinfundamente eines großen Kammertores. Davor ein mächtiger, bis zu sechs Meter tiefer Graben, in dem sich die Pfosten von Holzbrücken abzeichnen. Das Kammertor ist 16 Meter lang und hat eine Breite von acht Metern, die sich durch zwei Quermauern auf Durchlässe von etwa 2,50 Meter verengen. Der riesige Graben ist steil eingetieft. Es wird deutlich, dass wir vor einer mächtigen und repräsentativen Befestigung stehen. Die Fundamente des Tores sind außerordentlich sorgfältig aus behauenen Kaltsteinen aufgeschichtet. Es ist ein Zweischalenmauerwerk, das noch etwa ein Meter hoch erhalten ist. Darüber hat man sich eine Mauer aus luftgetrockneten Lehmziegeln vorzustellen. Diese Architektur stammt aus dem Mittelmeergebiet und ist bisher nördlich der Alpen einmalig. Sämtliche Daten, die in dieser Animation verwendet wurden, wurden übrigens mit luftgestützten 3D-Scans aus dem Helikopter und mit bodengestützten 3D-Laserscannern erhoben und zu einem millimetergenauen Modell zusammengefügt. Untertitelung des ZDF, 2020